Nein, da passiert nichts. Mach dir keine Gedanken. Wir machen jetzt erstmal den Schmuck drauf. Da hast du schon ganz andere Sachen geschafft. Du hast aber auch große Augen. Du hast das innerkontrolle. Geschafft? Ach ja. Dann machen wir noch schnell die goldene Kugel vorne drauf. Zungenpiercing mit dir war auch super lustig, fand ich das Video. Wäre sehr toll. Ich hatte ja eigentlich eins, aber dann habe ich mir das an der selben Stelle wieder von ihm stechen lassen, weil ich den nicht mehr drin hatte. Aber das Video habe ich mir letztens sogar noch angeguckt. Ja, ich nehme mich auch. Das war auch süß. Das müssten wir eigentlich noch mal separat hochladen. Könnten wir echt machen. Können wir echt machen, weil ich glaube, das wird lustig. So, dann ist die Kugel drauf. Dann ziehen wir es noch feste, damit du nichts verlieren kannst. Du bringst es in die richtige Position. Du bräuchst es eigentlich ganz zu reden. Die macht alles mit den Augen. Perfekt. So, wir schauen. Einmal der innerkont. Genau. Hier ist das Dayspiercing gewechselt. Jetzt auf diesen schönen Klicker mit den Swarovski-Crystal. Superschön. Und auf der anderen Seite, da gucke ich jetzt auch noch mal eben drüber. Geblink. Ja. Mit meinen grauen Haaren. Wunderbar. Ja, und da haben wir meine ganz andere Form. Ja. Die Form finde ich nämlich auch echt super. Das ist neu. Sieht richtig gut aus. Ja. Sieht richtig toll aus. Stefania, es war wieder so schön mit dir. Bis zum nächsten Mal. Und behalte deine gute Laune. Danke. Danke.